Hallo, ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Floh, die Heuschrecke und der Ganzspringer wollten einmal sehen, wer von ihnen am höchsten springen könne und luden deshalb die ganze Welt ein und wer sonst noch Lust hatte, der Vorstellung anzuwohnen. Ja, drei tüchtige Springer waren es, die da im Zimmer versammelt waren. Ich gebe dem, der am höchsten springt, meine Tochter zur Frau. Sagte der König. Denn es wäre doch zu ärmlich, wenn diese Personen ganz umsonst springen sollten. Der Floh trat zuerst auf. Er besaß feine Lebensart und grüßte freundlich nach allen Seiten. Das war auch ganz erklärlich, denn er hatte adliges Jungfrauenblut in seinen Adern und war, was gar viel ausmacht, an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Nun trat die Heuschrecke hervor. Sie war allerdings bedeutend schwerer, aber sie hatte doch eine ganz gute Figur und trug eine grüne Uniform, die ihr angeboren war. Außerdem rühmte sie sich, von einer uralten Familie im Lande Ägypten abzustammen, die heute noch dort in großen Ehren stehe. Man hatte sie vom Freien Felde weggenommen und in ein dreistockiges Kartenhaus gesetzt, das aus lauter Kartenbildern die bunte Seite einwärtsgekehrt gebaut war. Das Haus hatte auch Türen und Fenster, die mitten in die Herzdamen geschnitten waren. Ich singe so schön, prallte sie, dass sechzehn einheimische Grillen, die von Kindesbeinen an gezirbt und doch kein Kartenhaus bekommen hatten, sich beim Anhören meines Gesangs noch dünner ärgerten, als sie schon waren. Alle beide, sowohl Floh als Heuschrecke, gaben auf diese Weise Auskunft über ihre persönlichen Verhältnisse und meinten, dass sie deshalb wohl berechtigt seien, um die Hand der Prinzessin zu werben, oder besser gesagt, zu springen. Der Ganzspringer sagte nichts, aber man behauptete, dass er dafür desto mehr denke. Und als der Leibhund des Königs ihn leicht beschnüffelt hatte, verbürgte er sich dafür, dass er aus guter Familie sei. Der alte Ratsherr, der für wohlangebrachtes Schweigen drei Orden bekommen hatte, versicherte auch, der Ganzspringer besitze die Gabe der Weissagung. An seinem Rücken lasse sich erkennen, ob man einen milden oder strengen Winter bekomme, und das kann man nicht einmal am Rücken des Kalendermachers sehen. Ich sage nichts, meinte der alte König, aber ich höre ruhig zu und denke mir mein Teil. Jetzt galt es, die Springerprobe abzulegen. Der Floh sprang so hoch, dass man es gar nicht sehen konnte, und deshalb behaupteten die Zuschauer, er sei gar nicht gesprungen. Aber das war doch geradezu eine Verleumdung. Die Heuschrecke sprang nur halb so hoch, aber unglücklicherweise dem König gerade ins Gesicht, und da sagte dieser, das sei unverschämt. Der Ganzspringer verhielt sich ganz ruhig und überlegte, sodass man schließlich auf den Gedanken kam, er könne gar nicht springen. Wenn ihm nur nicht unwohl geworden ist, sagte der Leibhund und beschnüffelte ihn aufs Neue. Rutsch! Da sprang er plötzlich der Prinzessin, die auf einem niedrigen, goldenen Stühlchen saß, mit einem kleinen, schiefen Satz gerade in den Schoß. Da sagte der König, Der höchste Sprung ist sich dabei bis zu meiner Tochter zu erheben. Darin besteht die wahre Kunst und Feinheit. Aber um darauf zu kommen, muss man Verstand haben, und der Ganzspringer hat bewiesen, dass er solchen hat. Ja, er hat den Kopf auf dem rechten Flecke. Und so erhielt der Ganzspringer die Prinzessin. Ich sprang doch am höchsten, tröstete sich der Floh. Das ist nun einerlei. Meinethalb mag sie den mageren, steifbeinigen Gesellen wohl nehmen. Ich sprang doch am höchsten. Freilich, hier in der Welt muss man den Körper dazu haben, wenn man gesehen werden will. Darauf ging der Floh in fremde Kriegsdienste, wo er, wie das Gerücht lautet, erschlagen wurde. Die Heuschrecke aber setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, wie es doch eigentlich in der Welt zugehe. Und schließlich sagte auch sie, Ja, Körper gehört dazu. Ja, Körper. Und darauf sang sie ihr eigentümliches, trauriges Lied, dem wir unsere Geschichte entnommen haben, die, wenn sie auch gedruckt ist, ebenso gut eine Lüge sein kann. Es ist ganz gewiss. Es ist eine ganz entsetzliche Geschichte, sagte eine Henne. Und zwar sagte sie es gerade auf jener Seite des Dorfes, wo sich die Geschichte gar nicht zugetragen hatte. Es ist eine entsetzliche Geschichte aus dem Hühnerhause. Ich hätte wirklich Angst, heute Nacht allein zu schlafen. Es ist nur gut, dass unsere Viele beieinander auf der Stange sitzen. Darauf erzählte sie, so dass den anderen Hühnern die Federn sich sträubten und der Hahn den Kamm sinken ließ. Es ist ganz gewiss, aber wir wollen von vorne beginnen. Es trug sich in einem Hühnerhause auf der anderen Seite des Dorfes zu. Die Sonne ging unter und die Hühner flogen auf. Darunter war eine Henne, eine weiß gefiederte mit kurzen Beinen, die ihre vorschriftsmäßigen Eier legte und als Henne in jeder Beziehung rechtschaffen war. Als diese nun auf die Hühnerstange geflogen war, strich sie sich mit dem Schnabel das Gefieder glatt und verlor dabei eine kleine Feder. »Da geht sie hin«, sagte sie. »Je mehr ich mich rupfe, desto schöner werde ich.« Das war aber nur so im Scherz gesagt. Sie war der Spaßvogel unter den Hühnern und, wie gesagt, äußerst rechtschaffen. Darauf schlief sie ein. Dunkelheit herrschte ringsum. Henne saß neben Henne. Aber diejenige, welche der soeben Erwähnten zunächst saß, schlief nicht. Sie hörte und hörte auch nicht, wie man es in der Welt ja eigentlich soll, wenn man ein behagliches Dasein führen will. Aber ihrer nächsten Nachbarin musste sie das eben Vernommene doch mitteilen. »Hörtest du, was hier gesagt wurde? Ich nenne keine Namen aber. Hier ist eine Henne, die sich rupfen will, um schön auszusehen. Wäre ich ein Hahn, ich würde sie verachten.« Gerade über den Hühnern saß die Eule mit ihrem Mann und den Eulenkindern. Die ganze Familie hatte ein außerordentlich scharfes Gehör. Sie alle hörten jedes Wort, das die Nachbarhenne sagte, und da verdrehten sie die Augen. Und die Eulenmutter fächelte sich mit ihren Flügeln. »Hört nur nicht hin, aber ihr habt ja wohl alle gehört, was da gesagt wurde. Ich hörte es mit meinen eigenen Ohren, und man kann fürwahr viel hören, ehe sie abfallen. Dort unter den Hennen ist eine, die so weit vergessen hat, was sich für eine Henne schickt, dass sie da sitzt, sich alle Federn ausrupft und es den Hahn mit ansehen lässt.« »Prenné gardau en fang«, sagte der Eulenvater. »Das ist nichts für die Kinder.« »Ich will es doch der gegenüberwohnenden Eule erzählen. Sie ist so ehrenwert im Umgang.« Damit flog die Mutter fort. »Hu-hu, u-hu«, tuteten die beiden, und zwar gerade zu den Tauben in den Taubenschlag hinein. »Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? U-hu. Eine Henne hat sich um des Harnes willen alle Federn ausgerupft. Sie erfriert, wenn sie es nicht schon ist. U-hu. Wo? Wo?« gierten die Tauben. »Auf dem gegenüberliegenden Hofe. Ich habe es so gut wie selbst gesehen. Es ist zwar unpassend, es zu erzählen, aber es ist ganz gewiss. Glaubt, glaubt jedes einzelne Wort davon.« sagten die Tauben und gierten in ihren eigenen Hühnerstall hinab. »Eine Henne, ja. Einige behaupten, es seien deren zwei. Die haben sich alle Federn ausgerupft, um nicht wie die anderen auszusehen und dadurch die Aufmerksamkeit des Harnes auf sich zu lenken. Das ist ein gewagtes Spiel. Man kann sich dabei erkälten und am Fieber sterben. Und sie sind auch beide gestorben. »Wachet auf! Wachet auf!« krähte der Hahn und flog auf den Bretterzaun hinauf. Der Schlaf saß ihm zwar noch in den Augen, aber er krähte trotzdem. »Es sind drei Hennen aus unglücklicher Liebe zu einem Hahne gestorben. Sie haben sich alle Federn ausgerupft. Es ist eine böse Geschichte. Ich will sie nicht für mich behalten. Lasst sie weitergehen!« »Lasst sie weitergehen!« pfiffen die Fledermäuse und die Hühner gackerten und die Hähne krähten. »Lasst sie weitergehen! Lasst sie weitergehen!« Und so machte die Geschichte die Runde, von Hühnerhaus zu Hühnerhaus und gelangte endlich wieder zu der Stelle, von der sie ursprünglich ausgegangen war. »Fünf Hühner!« hieß es. »Haben sich alle Federn ausgerupft, um zu zeigen, wer aus Liebeskummer um den Hahn am meisten abgemagert sei. Und dann hackten sie sich gegenseitig blutig und fielen tot nieder, zu Schimpf und Schande für ihre Familie und zum großen Verlust für den Besitzer.« Und die Henne, die ursprünglich die losgegangene kleine Feder verloren hatte, erkannte nun ihre eigene Geschichte natürlich nicht wieder. Da sie eine rechtschaffene Henne war, sagte sie, »Ich verachte diese Hennen, aber es gibt leider mehr von der Art. Dergleichen darf man nicht verschweigen und ich will, dass meinige dazu beitragen, damit es das ganze Land erfährt. Das haben diese Hennen verdient und ihre Familien dazu.« Und es kam in die Zeitung und es wurde gedruckt und es ist ganz gewiss, aus einer kleinen Feder können wohl fünf Hühner werden.